So, Pikachu, äh, verdammte Hacke hier, so, äh, nein, wir wollen Pikachu nicht nochmal fangen, das hab ich schon, und meine Tränke sind alle, ja, auffüllen, ein Paraheiler für Paras, weil's paralysiert ist, oh mein Gott, wird ja immer lustiger hier, äh, und auf in die nächste Ebene, und, verdammt, hallo Paras, Oh, Level 5, tschüss Paras, einmal die EP muss man ja auch haben, was, Pikachu legt das nicht, oh man, das heißt, ich hab mit Paras eigentlich auch noch jemanden, äh, auch noch ein Puppen, was ich benutzen kann, in der dritten Arena, oh, hallo Team Rocket to Freak, Äh, wir drehen hier, dickes Ding, mach dich vom Acker, nein, geh fake, mach du dich vom Acker, fau bloß ab Das Zubat, das ist ja wohl schlechter Witz Und tschüss Na gut, das Rettern, das wird lustiger, aber dafür hab ich ja Carpador, nein, Spaß Obwohl, Carpador mit seinem Platscher-Instant-Kill, das ist ja wohl, äh, naja, das geht dann eindeutig an Carpador, das Match Klöp, klöp, tot Juhu, Level up Du bist ne harte Nuss, Kiddy Kiddy? Oh, 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 sehr schön Shigi entwickelt sich, yay Juhu, Shilok Bäm Raub, eine super TM Und tschüss, ich fahr, du nisier mich mal wieder Einmal hier hoch Das war also die falsche Leiter wieder Aber das macht absolut gar nichts Denn ich hab eigentlich Alles, was ich will hier in dem Mondberg Und noch ne Menge mehr Ich mein, ich hab ein Paras Ich hab ein Pipi Ich hab ein Äh, Sonderbonbon Ich hab, äh, was hab ich noch? Kleinstein Und ich werd dauernd von Zubatz genervt Oh, shit Hilfe, Überfall Ach, du bist ja nur ein Kind Äh, mach ich dich mal platt Hallo, Rufus Ich dachte, er ist momentan dabei Den ganzen Planeten zu verwüsten Naja Jedenfalls wird sein Kleinstein jetzt erstmal aus dem Weg gerissen Und Aquaknarre, Shilok Plopp Tot Schlecht Oh, 91 EP Das ist der Wahnsinn Nein, nicht wechseln Weiter töten Ich denke mal, das kann hier Shilok komplett alleine machen Oha, ein Onyx Oha, ein Onyx Tschüss Und, verdammt Das hab ich total überrumpelt Tja Arschgeige Und ein Monenstein Jawohl, Pipi Du hast dich schon mal entwickelt Das ist super Einmal hier durch Hier lang Hier hoch Hier lang Ah, Moment Ein Zuwart Flüchten Hier hoch Ich zieh was Tatsache Ein Beleber Sehr schön Verdammt Verdammt Oha, noch so eins Ich krieg zu viel hier Mein Gott Ey du Hallo Geh was nicht auf den Wecker, du Nervensäge Ich säg dich gleich in zwei, du Schwör dir aber Und ein Radfraß Was theoretisch mit dem Donnerschock Todunfall Müsste Hm, gut Erst gibt's mir ein Hochzug Gebrit Gut Kann ich mit leben Was hat jetzt mehr Schaden gemacht? Tschüss Schlechtes Biest Und ein Sandnaden Da muss ich auswechseln Zu Shilok Was dann jetzt auch Level 17 ist Und tschüss Plopp Level 17 Juhu Ich bin sauer Super Schade Äh Ich glaube ich bin falsch abgewogen Gefühl von mir Aber ich bin nicht sicher Ich bin immer noch nicht sicher Ich habe leider auch kein Kartenmaterial da Nein, ich bin richtig Wir werden die Pokémon wiederbeleben und teuer verkaufen Ja, wohl Da glaubst du auch nur, du Ein Fratratz Was ein süßer kleiner Fratz Stirb Das war doch schon Knapp Also ich an seiner Stelle hätte jetzt so ruck zuckib reingedrückt Aber gut Nein, ich werde nicht wechseln Ich gehe das Risiko ein Zur Not habe ich ihn beleben Ich habe gewonnen Tschau, Zubat Das gibt's nicht Noch gibt es Hast du gerade gesehen Trottel So, Schillok nach vorne Pikachu kann eh nichts mehr ausrichten Stopp Hände weg Wer zuerst kommt Mal zuerst Die Fossilien gehören mir Nein, tut sie nicht Ein Slimer Tja Und auch vom Level her Ich glaube, der Slimer gewinnt ja Also ich weiß nicht So Vermutung Slimer One-Hit Nein Schade Hui Und ein Voltro-Ball Nö, ich bleib drin Wenn's ne Elektro-Attacke kann Bin ich halt am Arsch Wenn nicht Ist er am Arsch Na, kann er nicht Trottel Oder er sitzt einfach nie ein Größerer Trottel Tja, schade Level 18 Also irgendwie ist es leichter Schillok zu trainieren Als Hier Pikachu zu trainieren Oh, ein Smoran Hallo Tschüss Na, fast Oh nö Vergiftet Naja Der Kampf ist ja jetzt eh vorbei Da kann ich auch direkt das Gegengift reinhauen Na gut, ich geb dir eins ab Juhu Wir kriegen kein Fossil Äh, nicht so geht's Ich geb dir eins ab Ja So, dann Äh, Gegengift Ja Dann mach ich nochmal ne kurze Aufnahmepause Denn, äh, ich will wissen welches welches ist Also bis gleich Und da bin ich wieder Hoffe ich Ja Nein, wir wollen nicht das Helix-Fossil Wir wollen das Dom-Fossil Denn da ist, äh, mein Lieblings-Dingens-Pokémon drin Dann gehört das hier mir Ja Viel Spaß mit deinem Amoritas, du Oh, Item Meins Gegengift Ja, super Hat's gefragt So Nach oben Nach oben Ja Wir haben Route 4 hinter uns gelassen Hallo Ein Tritt von brutaler Energie Mit zerstörerischer, verheerender Wirkung Wenn es drauf ankommt Megakick, ultimative Attacke Ich werde Megakick ein Pokémon beibringen Ja Ja Welches Pokémon soll Megakick erlernen? Pikachu Okay, Pikachu erlern Megakick Ja Ja Äh, was brauchen wir denn nicht? Äh, roten Schlagen Weg damit Pikachu, erlern Megakick Megakick Mega Megahieb Ja Ja Pikachu Was ist eine normale? WTF Nein Ich werde jetzt einfach mal vorspulen Ja 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 So Denn klein stellen soll das erlernen So Ähm Wir haben übrigens ein Problem Mit dem runter Ne, noch nicht Wenn wir hier gleich runterhüpfen irgendwo Kommen wir nicht mehr zurück in den Mondberg Das heißt, zurück müssen wir dann fliegen Beziehungsweise, ja, müssten wir fliegen Eine Attacke, die wir nicht haben Brüller Ist ein Brüller, die Attacke Und zwar ist das hier Wenn wir hier runterspringen Man sieht, gibt es keine Möglichkeit Hier wieder hochzukommen Und da ich jetzt auch gerade keinen Bock auf wilde Pokémon habe Hüpfe ich hier lang So Wo kommen wir hier unten noch lang? Ach, wilde Pokémon Okay La 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 Azubia City Guten Tag Ja, ist auch Ist sehr lustig So Da ist die nächste Arena Ja Heilen Bitte Danke Ja, danke Topfit Super Freue ich mich Hallo Dieser Will Selten Pokémon tut ja alles Ja, okay Ist nicht unter der Sprung von deinen Freunden Nein Ich habe einen Emulator Das geht nicht Sehr viele Pokémon Nein, selten in der Sammlung Ja, der gibt uns auch bestimmt eins ab Ja 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 Okay Dann wollen wir erstmal die Stadt erkunden Bevor wir die Arena stürmen Ähm Aber trotzdem Dann schauen wir mal nach vorne So Moment Paracelten Items Sehe ich jetzt erst Was hast du denn? Oh, das hat einen Minipilz Ja, das nehme ich dir mal weg Du brauchst ja keinen Minipilz Das ist sehr interessant Ein Hollandrad Aha Ziemlich teure Fahrräder Okay Ja, dann Für eine Million Ja, um Ich cheat mir mal eben eine Million Dann gucken wir mal Nein Spaß Ich kenne keine Geldcheats Leider Oder überhaupt Cheats für den Ich weiß gar nicht, ob es welche gibt Ist das auch Trainer? Ist nicht so leicht Doch, ist es So Azubia City Pokémon Arena Da gehen wir gleich hin Hui Äh Ey, ich will da rein Leute, die wurden beraubt Team Rocket steckt dahinter Sogar die Polizei ist machtlos Boah, seid ihr schlecht Oh nö Gary Hallo Bist du mal unterwegs? Mir geht's bestens Ich hab jede Menge starke Pokémon gefangen Zeig, was du gefangen hast Ja Tacke Von Ja Ich hab jede Menge